Ich hab auch noch Nikasi im Competitive gespielt. Okay, es geht los. Die starten jetzt. Also, basically. Ich bin ein Ton. Ich bin ein Dali. Lass doch vielleicht Wege rausnehmen sonst. Aber keiner spielt Wege, oder? Nein, nein, die spielen nicht Wege. Der Genre spielt Wege. Echt? Nein, nein, also nicht so sehr. Der hat nur 19 Games, aber kann man trotzdem rausnehmen. Why not? Nein, 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 nein. Ich glaub, das ist sehr wasted. Ich find den Bart man halt auch useless, wenn der Bart spielt. Find ich auch useless, aber also. Wenn er wirklich nie Bart spielt, ja, eigentlich. Also, wenn ihr confident seid, dass er den nicht spielt? Nein, wait. Doritosan ist auch immer ein guter Bann. Ja, von mir aus können wir einen dritten Genre bannen, wenn du möchtest. Aber ich würd jetzt nicht... Wait, haben die leer gebannt? Nein, nein, die haben einen Bann. Die verlieren einen, Ben. Ich hab versucht, den zu geben, aber die... Die wollen da feste Regeln haben. Wait, maybe kriegen wir dann sogar Ezreal durch. Tatsächlich ist das ja mega bad für die, dass sie nicht drei Banns haben, what the fuck? Ja. Wait, maybe kriegen wir den Ezreal durch. Ja, wir kriegen entweder Karsix, Ezreal oder Schiwana halt. Also, die sind actually fucked. Ja. Die müssen einen von denen abgeben. Actually, die wären Schiwana, Karsix, Bann. Was bannen wir? Also, Tristana, Bann. Ich würde Kaiser bannen vielleicht. Ich find Tristana... Ich find Tristana auch einen guten Bann, tatsächlich. Tristana? Okay. Haben wir... Tristana haben wir gegen die auch gebannt, bei Mayer Hoffen, by the way. Okay. Er ist der first pick. Sieht sehr nett aus. Wir müssen jetzt Karsix bannen eigentlich. Oder? Ezreal. Aber wir haben auch... Wir haben jetzt eine Menge Picks, ne? Die wir wollen. Wir wollen Karsix, Ezreal und Six. Ich glaube, wenn Karsix offen ist... Also, die beiden guten Champs sind raus. Gegen Karsix. Okay. Können wir den open blinden, wenn wir nichts haben? Ich glaub, wir sollten Ezreal über alles picken, ehrlich gesagt. Entweder Ezreal oder Six oder nicht. Sollten wir blinden. Wenn der Akkuinen Karsix kriegt, dann nehmen wir Karsix oder nicht? Nee. Ich würd hier Six picken. Ja, Six. Der Jungler von denen hat 20 Karsix Games, aber der hat 30% WinRant. Wir gehen Six. Der wird denen auch nicht mehr schwarzen. Also, ich find, Six ist einfach der bessere Pick hier, gerade. Yes, yes, yes. Pass, die lassen wir Karsix machen. Cool. Ja, pass auf, der Pick den jetzt selber. Und dann zeigt er dir, wie man 36% WinRant hat. Es kann sein, dass er ihn selber fickt. Ja, was fickst du gegen Karsix? Gegen Karsix Competitive. Alles ist fine. Okay. Imagine, du kannst Competitive Karsix spielen und sagst uns, du willst nicht aufnehmen. Nee, ich bin zu voll dafür. Ich will nicht, dass mein PC lag. Uff. Wait. Das ist so bad. Unablind? Unablind. Was bedeutet das? Dass sie dumm sind. Es ist komplett terrible. Xin ist so eklig. Das ist absolut terrible. Es gibt so viele Counterpicks. Da geht es Xin gegen Karsix. Vollkommen okay. Zorin hat immer eine Menge so Seraphine mitlenk gespielt, ne? Mit den Zorn. Ja, Korki, Viktor, Uri. Braum hat unendlich viel Value hier, ne? Ja. Es ist entweder Braum oder Braum. Ja, lock, lock, lock fast. Braum. Ja, dann muss. Sicher? Ja, wir go Braum. Ja, Hullo. Direkt. Ja. Direkt. Direkt. Schein in die Olga. Wenn du jetzt noch Seraphine picknest, braum noch besser, weil du Bulk blocken kannst. Er wird dann niemals Seraphine picken. Hat er immer mit den Sau gemacht, aber ja. Er wird jetzt Korki picken und dann wird er Viktor bennen. Dann pickst du Iri. Ja. Und dann spiele ich Zix. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Das sind die Ersten, ne? Wenn ich das richtig habe. Gerhard. Das ist glaube ich so ein... Das ist nicht der alte Flexback gegen Flex? Ja, genau, genau. Ja, ist der alte Flex. Das ist Xeraph's Flex into Zix, ja. Weil das ist sehr... Also das Matchup ist nicht so geil für Zix. Das heißt, wir waren Toplaner. Was waren wir? Jace oder so? Poke Champions? Was ist das Beispiel Krono? Wir sagen, wir nehmen hier... Also Jace ist sein Midmost Playhead. Und wir wollten ja Gnar picken, ne? Das heißt, Jace ist auch Superban in die Richtung für uns, oder? Hennenban. Das weiß ich nicht, worauf das hindeutet. Okay, was wollen wir dann? Ich würde sagen Jace. Wollen die vielleicht selber Gnar spielen? Vielleicht wollen sie Camille spielen? Hm, ja. Maybe. Camille ist gut. Das ist sehr gut für uns, by the way. Naja, Camille würde ich fast selbst spielen wollen. Mach mal Jace, mach mal Jace, mach mal Jace. Können wir Jace und... Jace und... Ich glaube, wir lassen 4 Euro open on a stay. Okay. Der hat auch nicht so viele Euro gespielt in den Games, by the way. Habe ich nur gehört. Was ist denn mit einem Renekton, Ben? Oh, Renekton kann man Ben, ja. Wer ist das Gast? Sehr viel Renekton. Renekton. Okay, wenn ihr wollt, schon. Aber also, ja. Je nachdem, wie du das Match aber einschätzt. Ich denke, fast Gwen wäre besser, aber ja... Ja, dann Ben Quen. Also die können ja auch jetzt Camille picken. Also du brauchst... Okay, das ist Camille, I think. Aber du hast Jax, ne? Nee, ich gehe einfach nahe gegen Camille, ist auch gut. Aber wir können auch Camille machen. Ja, und wir haben Kha'Zix. Camille kann nicht spielen gegen Kha'Zix. Nein, 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 Camille ist Beth gegen Kha'Zix. Kann nicht spielen. Aber Camille ist trotzdem gut. Wenn die... 10 Sekunden. Ich will Renekton wegmachen. Ja, nochmal Renekton. Bun Renekton, Bun Renekton. Wenn wir da confident sind. Naja, das ist halt. Ja. Vielleicht kicken die auch einfach selber nahe, dann können wir trotzdem Camille spielen. Wissen wir denn schon, ob wir 6 Mitte wollen? Nein. Nee, die flexen, wir flexen. Wir entscheiden das jetzt gleich, nach dem Pick. Also ich kann Zix in jedes Matchup spielen, wenn ihr wollt. Und das ist auch ein guter Champion für mich gerade, weil ich sehr müde bin. Okay, perfekt. Also das ist auch ein richtig Residenz-Liebock. Gunnar. Na ist gut hier, ne? Na ist gut hier. Ja. For sure. Er geht echt 4-er blind. Aber ich möchte die Zeit noch eben abwarten. Willst du Zix Bot spielen? Ich denke ja, oder? Willst du? Dann, wenn wir jetzt Zix Bot spielen, gib mir Corki. Zix Bot ist besser als Xerath Bot, denke ich. Wir gehen nachher, ne? Mhm. Schauen wir. Dann gib mir Corki. Dann spricht Corki gegen Viktor oder Uwe. Wait, wait, wait. Ich finde, wir haben zu viel AP, wenn wir jetzt auch noch Corki gehen, ne? Oder? Wir haben Double AD. Aumis macht, ihr kennt der Match. Dann haben wir jetzt Zix und Corki. Und Corki hat Split-Damage. Das ist schon fein, denke ich. Ich glaube auch. Also, Damage spielt, glaube ich, ist er den. Und wir haben eine DPS-Quelle. Sonst hätte ich halt ADC Bot spielen müssen. Ja. Also, wir können entweder Zix mit spielen oder wir spielen ADC Bot. Ne. Also, Corki. Wir gehen Corki. Richtig? Ja. Mal. Bei Yordid als Last Pick. Bei Yordid, Brüder. Let's go. Brücki, was spielst du für einen Summoner? RTP. Okay, dann gehe ich. Was gehe ich? Exaust ist nicht so krank gegen die, oder? Ja, ich glaube, Ignat ist besser auch für Herodius. Ja, ist so witzig, ne? In Scrims sind so mega die Chats. Action, Rome, Rise, DF. Und jetzt wird Corki gepickt, guys. Unpettive, Engel. Also, wir müssen, tatsächlich sollten wir das, was wir in Scrims gemacht haben, auch probieren, glaube ich. Okay. Hat der gerade Xerath gegen Corki gepickt? Ja. Aber he's spitting in my face. Oh no. Ist das schlechtes Match-Up für dich? Oder gut? Nein, das ist der Free-Found-Stream. Okay, perfekt. Das ist der Free-Farm-Dreamer. Ja, das ist der. Ich bin halt, ich werde so scale, ne? Oh, ich werde auch so rein scale, Leute. Ich werde auch so rein scale, Leute. Nice, geil, nice. Nice, geil, nice. Und wenn das Kall abgekauft ist, dann das nächste Kall. Naja, wenn das noch gehen würde, wäre ich so glücklich. Das Kall-Recycling, das ging früher, das ging früher. Ich möchte noch mal, da geht's nicht mehr. Ich hab das legit auf Rise gemacht, by the way. Du kannst ja mal Kall-Recycling. Ich hab zweimal auf Rise Kall gekauft und für Late Game gescaled. War so nice. Ist Kall gold-effizient? Ja. Ja, ja. Also warum sollte man sich jemals nicht Kall kaufen? Naja, du hast halt weniger Leben, ne? Dass es halt sehr schlechte Battle-Stats gibt. Ja. Du hast halt ne Lane, die du spielen musst. Und kannst hier einfach so vor viel scale. Ja, du bist nicht im Jungle. Ja. Du wirst angegriffen, so. Enemy-Liner würde ich punishen. He's trading. Das einzige Problem für mich in dieser Runde ist Zero, weil der Aue schon hat. Aber ansonsten ist das sehr, sehr, sehr playable für mich. Kar ist auch ziemlich gut gegen Fiora, also sehr, sehr gut. Raum ist eigentlich ziemlich nice gegen den komplettes Line-Up. Nice, Team. Aber unsere, also Botzeit wird hart. Aber eigentlich für alle von uns wird es hart am Anfang, ne? Ja, ja, die Lane ist sehr disgusting. Aber Team-Fights. Wenn ich Nidde-Tabie habe, habe ich Top-Name-Basically gewonnen, wenn wir es dann even sind. Ist gelbes Tabie. Ja, ich habe immer gewonnen. Hör ich gern. Ich sehe schon den Solo-Tort, Level 3 oder so, mit Corki, ja. Die ist schon, komm. Ey, passt auch für Olli Cheese-Gang zum Xinder. Ja. Respektieren. Weil der hat Jyn gepickt. Mhm. Ist gut. Into, into Six. Aber into Braum nicht wirklich. Das war. Jyn. Also, die Early-Lane. Into, Kha'Zix, Braum, Corki ist gut. Ne, aber Lane-Match. Wenn die halt einfach eine Land-Store wollen. Okay. Ja, dann lasst, ja, wir müssen den Xin auch super respektieren. Denkt an Cheesy-Base, denkt an Invades. Äh, ich glaube nicht, dass ihr für den Wort gehen solltet, oder? Äh, glaub ich auch nicht. Geht nicht dafür. Macht euch nicht anfällig am Anfang. Lasst euch nicht cheeseln. Spielt defensiv die Position. Let's go. Ihr habt recht, ihr habt recht. Na, good luck, get fun. Unser erstes Spiel gegen den Tabellenersten. Let's fucking go, Leute. Tabellenersten der letzten. Der letzten, der letzten Season. Ja, entschuldige, bitte. Also, das ist basically das beste Team von allen. Erneut. Das wissen wir ja nicht. Also, ich hätte killen können. Scheiße, Geist. Das ist halt wirklich das beste Team. Das ist halt schwer zu sagen. Also, die haben, sagen wir mal so, Solo-Q-Level sind die nicht so hoch, aber irgendwas müsst die ja auszeichnen. Vielleicht arbeiten die gut als Team zusammen. Vielleicht gehen wir mal an. Genau. Das ist Solo-Q. Der Durchschnitt in der Prime League ist Grandmaster. So die Durchschnitts-Elo. In der First-Level. Das ist crazy. Das ist actually crazy. Wir sollten auf jeden Fall nicht zu dem Fall, wenn man ein Deathball sterben die ganze Zeit, ja. Das ist immer unsere Schwäche. Ja, true, true. Ja. Ja, ja, ja. Und davon wäre ja, Siggs, den besten Mutten in den Wave-Player, den es gibt. Oh, dead. Oh, ich habe keine Timestim. Guter Punkt. Was soll das heißen, Brom? Ich checke immer mein Chat an. Das ist, weil ich Solo-Q ganz lange mal mit Chat-Disabled gespielt habe. Deswegen checke ich immer davor. Nicht, dass ich Sam's timen will und dann der Chat aus ist. Oh, Spell-Costs. Ver-Altured-Shot-Timestamps. Mute-Enemy-Emotes. Also, alles, was du Bot-Zeit machst, die sind erstmal stärker, ne? Also, bis wir sechs sind oder so. Hm. Ja. Ich will einmal kurz gucken, ob meine Einstellungen synchron sind. Deine was synchron sind? Meine Einstellungen. Ja. Ich glaube, ich hatte die Mauseinstellungen verändert. Eigentlich ist doch die Fiora im Late-Game auch nicht wirklich ein Threat im Spiel-Push, oder? Weil wir haben mit Corki-Package, wir haben ein Triple-Tip-Pi. Corks sind jetzt Gugging-Fiora später. Und Kars auch richtig Gugging-Fiora. Und Nars auch Gugging-Fiora. Ja, ja. Fein. Also, es ist aber eine gute Fiora. Also, wir können uns vielleicht nicht zu easy nehmen. Definitiv ist der beste Tampel bei Fiora. Naja, also, das Early ist halt, wo der Dreh- und Annelpunkt her. Ich glaube, wenn wir unser Scaling bekommen, Level 11 from, ist glaube ich vorbei. Wir müssen, ist es wieder wichtig, also, wir müssen definitiv die Waves unten gut callen, wie wir es in den Scrims immer gemacht haben. Weil die können uns definitiv hopsen. Also, ich würde Seanen super gerne an der Wurzelt anfangen und einfach top-parken. Kannst du, kannst du machen. Kannst du, wir haben keine Pio, Early. Und es ändert auch nichts dran, wo wir starten. Aber könnt ihr dann gedifet werden for free? Ja. Ja. For free würde ich es nicht nennen. Im Sinne von, also, Triple-Stack-Wave into Dive, geht das? Ja, ja, das geht. Nein, Triple-Stack-Wave geht, wenn mir das herzlich mit Kraftburg gesagt hat, geht das nicht. Theoretisch. Also, das ist mit dem Out-Attack? Mhm. Ja. Bin ich gut. Bin ich echt schon gut. Ich kann das vermutlich auch mit TP beantworten. Das Ding ist bloß, ich sollte immer Menina sein auf der dritten Wave. Das Ding ist, dass halt, unser, also, Ziggs-Brauben, wir proggen halt meine Passive nicht, wenn die gut spielen und den Dive schnell machen. Also, hat Tags mit Drohnen dabei, Brügge? Nee. Oh. Big Mistake, Big Mistake. Das ist echt schon gut. Big Mistake. Wollt ihr mich? Nee, nee, das ist actually bad. Nee, ich geh's immer nur auf, Victor. Du spielst alle Long-Rand, äh, alle Control-Mate-Smith-Attack-Speed. Warum? Weil du smoothere Out-Attacks bekommst und besser Wave-Clean kannst in Early-Game. Und bessere Rotation spielen kannst. Aber das ist, glaub ich, so ein Luxus, den du, also, in der Mitte hast du das. Ja, Luxus in der Mitte. Jetzt du auf deinem hohen Bot-Laner raus brauchst du jetzt gar nicht. Ich komm auf Twitter gar nicht zum Out-Tack-Talk. Ich komm auf Twitter gar nicht zum Out-Tack-Talk. Und dich hab ich S-Tier gestellt. Alter. Meine Güte. Nee, ich spiel auch alle mit. Ich wollte dich nur trollen eigentlich. Wer wird... Der Caster, Basti, hat mich grad auf Twitter getrash-talkt. Der hat unter meinem Alkohol-Tweet von heute Morgen geschrieben, jedes Mal, wenn du den Hook misst, trinke ich einen Shot, um auf deinen Pegel zu kommen. Und jetzt hat er einen Screenshot drunter gepostet mit meinem Braun-Pig. Danke, Brudi. Weil er jetzt nichts trinken muss. Weil ich keine Hooks müssen kann. Not bad. What the fuck? Oh, ein Direkt-Connect-Spectator. Null. Hallo? Seht ihr das, Copy-Basta? No way Twitter hat viel. Ja. Spicy-Content, nein. Oh, Gott. Haben Tolkien fast vergessen. Döner mit Senf. Wird gegessen. Fressen, bitte. Das ist so... Wait, Freddy, wir sind in-game. Das ist disrespektvoll. Das war locker mit irgendjemand aus meinem Chat. Die machen sowas so gerne. Was geht los? Let's get it, guys. Let's get it. Let's get it. Ich hör noch den Sau rauf. Wir müssen Rannis schreiben und dann müssen die Spectator lösieren. Gern, wir alle auf den Sau, guys. Okay. Oder? Vorfall zwei Minuten, Early, einfach chillen. Rennen wir alle auf den Sinten raus? Respekt. Glaub ich, wenn der sich so anbietet, der zeigt uns einfach seinen Popo. Dann riecht man den Namen eigentlich aus von deren Jungler. Also ich weiß halt nicht, der wird wahrscheinlich einfach zurück-moven. Es wird nichts passieren, aber maybe. Nicht resumen. Warte, bis Altman was sagt lieber. Ich warte auch auf Altman, ja. Altman hat ne Post, get ready. 3 Sekunden. Ruhki, bist du ready? Gut. Ja. Bin weit weg. Jonas hier. Das hab ich immer zu Kaiser gesagt. Der war immer richtig mehr zurück. Die Leona ist hier reingemucht. Die hat da ein Red Buff gewordert. Weißt du was? Ich hol mir einen Sweeper. Ich würde diesen Ward annehmen. Ja, okay. Dann muss aber einer von... Ich kann hier oben warden, wenn du möchtest. Nein, ich weiß nicht. Nicht warden. Ich würde aber gerne warden, weil der Ximlich Level 2 ganken kann. Ich glaub, dass die Chisen hören. Ist ein Late Event möglich für die? Nein. Gegen Braum? Niemals. Also... Ich könnte hier warden. Du müsstest jetzt da sein und Brüchte musst dich kurz fernhalten, damit ich die XP gegen kann. Wo muss ich fernhalten? Ich bleib einfach hier stehen. Ich bleib einfach hier stehen. Ja, ja. Ich bleib einfach hier stehen. Keine Angst. Wo ist denn der Ward? Ich weiß es nicht. Die Leona ist hier reingelaufen. Okay, never mind. Die war hier in dem Busch drin. Manchmal machen wir es, dass wir da hinlaufen und dann kurz stehen bleiben. Ja, ich mach das auch immer. Der Bluff. Okay. Aber ich mein, also ich mein... Ist okay, ist okay. Kostet uns nichts. Kostet uns nichts. Außer ganz viel Kommunikation. Mhm. Ja. Blöcki hat schon Tilted und Full Mute. Ab in den Full Mute. Wathen macht nichts mit der Wave Stacking. Also, wenn die Stacken aber... Oh, das ist so gut, dass sie nicht gefließt haben. Holy. Der hat Leben genommen sollen. Kein Armour. Ähm. Kostet macht 90% Magic Damage, ne? Naja, ich weiß. Aber ich weiß, also ich... Oder einem R. Also... Also, der Wave Stack ist basically... Hm. Fushing Match. Mh, mh... Er hat jemand mitbekommen, wo der angefangen hat? Top-Setter, ne? Er hat nicht angefangen, Top-Land. Er hat nicht gelegt jedenfalls. Bot hat auch nicht gelegt, ne? Bot hat auch nicht gelegt. Ne, Bot hat nicht gelegt. Oh, das ist ziemlich gut. Er ist relativ langsam unterwegs. Wow. Ist das War für ihn? Cause I don't think so. Ich hatte Pete Wartisch bekommen. Äh, hat er geflasht? Ne, haben wir beide geflasht. Wave Stitt ist sehr, sehr gut für dich. Und der Trill ist TP. Also, Wave Stitt an sich gut für dich. Aber ich weiß halt nicht, ob wir jetzt noch die Krabbe contesten können. Nein, ich hab keine Fall auf jeden Fall. Aber es ist Little War für mich. Mhm. Und sie könnten jetzt invaden. Theoretisch, right? Aber das sind Support-Poken, wenn wir... Wenn wir... Der scheint nicht so gut zu sein. Der scheint nicht so gut zu sein. Der kann jetzt auf jeden Fall zu dir kommen. Was? Ich will dann... Ich will dann... Wir können's jetzt so halten. Yep, Cock. Er ist hier. Sehr, sehr akkassiv. Wait, was war das denn? Was ist denn die Krabbe? War das seine Krabbe? Die hat gewählt schon. Die hat schon gewählt. Ich hab einfach nichts gesehen. Xerat muss auch hoch. Und ihr das fein? Nice. Ja, die Kappe ist noch da. Ich muss jetzt rein. Gewehr auf die 4-Au-Collapse. Ja, ja. Wir haben keinen Flash. Willst du mir helfen bei der Kalle? Ja, ja. Ich will dir helfen. Meine Waves, oder? Kann ich später einsam gehen. Oh shit. Kannst du den Stunt auffahren? Nee, nee. Ist auch viel zu lange. Okay, okay. Dann kannst du gehen. Dann kannst du gehen. Oh, sorry. Ich bin fein, Monion. Oh, gut. Good shit. Good shit. Wir werden die töten. Können wir nicht so accordingly spielen? Nee, ich glaub nicht. Okay, gut. Dann gucken wir noch. Ey, Bottle wird jetzt resetten. Die Leona ist... In the Tempo. Ich hab mein Q in 2. Glaub ich kann das sein. Ja. Was tun wir? Hast du was noch? Äh, Leona hat Tempo. Nice. Leona kann jetzt von Base aus Mitte kommen. Der Typ ist so entsichert, man. Das ist crazy, ja? Äh, ja. Das haben hoffentlich alle gehört, ne? Ja, ich glaub. Das ist super awkward. Glaubst du, der hat die Kappe genommen? Ich kann auch mit Land laufen. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Hätt ich genommen, what the hell? Ist auch nicht sicher. Ist auch nicht sicher. Ist auch nicht sicher. Ist auch nicht sicher. Ja, ja. Ist auch nicht sicher. Okay, ich hab ja immer noch gefeatratisch, guys. Die Bot-Kappe ist halt... Die Bot-Kappe wird die genommen haben, oder? Die Bot-Kappe? Maybe, ja. Nee, nee. Ich leg... Nee, die sind zu Base. Ja. To the best. Nen Slow-Push in die Gegner rein, leider. Der ist sauber oben. Der ist auf jeden Fall nicht unten. Okay. Nee, komm zu mir. Komm zu mir. Ihr könnt das easy rauspuffen. Okay, komm zu mir. Ja, ich bin auch weg. Ah, ja stimmt. Der Waffe ist sehr neutral. Ich würde jetzt Basen gehen, ja. Leona moved auch unter. Ich hab immer noch Tepeat bei uns zu spüren. Mitte kann TP'n für Pressure. Ich muss dann auch TP'n, wahrscheinlich. Das macht was. Wissen wir, wo sie ist. Also, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr mir hier kurz die Kappe, äh, covern. Garni. Ähm, ja. Ich kann gleich kommen. Ich kann gleich kommen. Ich will... Okay, Leona... Okay, die gehen in Bots. Die werden vielleicht Bot-Dain sogar gefeilt. Ja, ja. Das könnte jetzt langsam unten sein. No. Ich geh mal in den River. Er schill den 12, schill den 12, schill den 12. Wird das Missing? Ich will den auch in den River auch. Selber Teilmarkt. Serrat, das Bots hat gehovert. Die machen die Grabbe oder invaden vielleicht. Oder gehen für Bot. Ich geh aus. Die Kappe schon gonnen. Okay, schon. Ich glaube auch. Wir werden jetzt dann auch beide Level 6. Ihr könnt die Snipes auf die Side-Land suchen. Okay. Ich fahr aber weiter nach oben. Ich glaube, wir können einfach Top-Land-Ding-Side-Up nutzen, oder? Ja, ja, ja. Ich hab gleich auch wieder... Ich hab die Beat-Warnsch, ich kann die Land komplett Kingdom gleich. Äh, immer noch keine Info über Xen, oder? Nop. Sind du im Border? Ne, ich hab's super. Fette Dragon-Doller oder so. Leona ist... Leona fehlt. Hast du irgendwann Mut für Top-Side? Hm, das ist schwierig. Oh, ich lerne Top-Side-Camps, genau. Ist der Top-Side? Ja, ja, der ist hundertprozentig irgendwo Top-Side. What the fuck? Der Typ ist ein Psycho. Beide scheint. Hm, ich wollte nur wahrscheinlich die Fiora enablen. Ich kann jetzt rein pushen, hier. Ich kann jetzt rein pushen, hier. Ich kann jetzt rein pushen, hier. Der war oben, der hat sich gezeigt, ne? Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, er ist in lane. Er ist in lane. Hä? Sehr, sehr gut für mich. Ich will dann... Wir sollten... Das heißt, wahrscheinlich ist die Kabel noch da. Ein Partner fluschen? Ja, die Kabel ist einfach noch da. Wir brauchen noch den Speed-Vantage. Soll ich moore, der muss jetzt erspacen? Ich moore, ich moore. Ja, also wenn wir hier... ...fucking early-Drake bekommen mit der Bot-Lane, das ist so insane. Wir brauchen einen Woord. Ich hab keinen Smile. Du. Wirklich, da oben wär ne Pflanze. Hast du ihn nicht gesehen, Tolkien? Nee. Ich hab ihn auf meiner Karte gesehen. Ich hab ihn auf meiner Karte gesehen. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Aber du hast ja auch nicht gesagt, wo er ist dann? Also hast du immer so halb gesehen. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich hab ihn in meinem Augenblick oben gesehen. Wippe musst du noch auspushen. Wenn wir ihn jetzt hier punishen, ist das Game vorbeiführen. Ich bin relativ low, aber... Ich bin relativ low, aber... Ich hab ihn weiterfahren auch. Watt ist immer noch vork. Oh ja. Ich dachte, der braucht ein bisschen mehr. Hier war irgendwas. Ich glaub, das war ein Recaller. Ich bin echt nicht sicher. Watt ist missing. Leona hat jetzt wieder Tempo. Die kann wieder mit Lanzern. Ginn ist... Ginn ist immer noch Bots. Ja. Und wir sind sind Sau. Ginn ist top. Perfekt. Okay. Die könnten Leona auch dazu ziehen. Macht oben kein Play. Leona ist missing. Die ist gebase. Haralds Timer kann. Was machen wir mit dem Haralds, Leute? Ja, guter Köln. Jura war grad im River. Die könnten ihn starten über die Wand. Beide Midlaner sind sehr, sehr wurscht gerade. Aber Leona ist fast sicher da. Ja, ja. Die Leona ist safe da. Der Midlaner ist extrem low und hat gar nichts. Können wir den da halten, Brücki? Ja, können Leona. Wenn du Q triffst, ja. Aber die sind skillshotlastig, ne? Ich forst ihn weg. Wir forsten ihn nur weg, ja. Kannst du dir machen, Drake, ne? Der macht Tyrod, glaub ich. Willst du jetzt schlecht drehen, ja. Ich kann dahin tippieren, ja. Wir geben ihn ja. Also Leona ist da. Leona ist da. Leona ist nur noch. Wir forsten doch weg. Wir forsten doch weg. Ich glaube, sie ist sonst komplett fucked. Jo, ich kann mit Drake nochmal kommen. Das ist wahrscheinlich ein Wort. Wir basen hier. Leona hat Mitte ausgefuscht und links ist top. Boah, schönes Ding, Tolkien. Topflash. Was heißt Leben? Ich töte beide gleich. Du warst eigentlich mündlich geflasht. Hat sie E.V? E.V? Nein, der hat sie nicht. Du kommst, kannst du in den Busch rein. Ich glaube, die sind beide im Busch. Wir haben noch Bob's. Wir haben auch. Wir sollten jetzt rausgehen gleich, die beiden. Ich gehe davon aus, dass ich auf dem Ward war. Ich lauf kurz über den Midlane, Brücki. Oder? Brauchst du mich direkt unten? Nein, nein, nein. Ich brauche dich nicht Mitte, aber... Nein, nein. Ich würde hier in den Warden passen. Wir werden in die Richtung durch River laufen, Mads. Freddy? Careful. Okay, ich passe auf, dass sie mich nicht abfarmen. Aber dann bin ich... Ich nehme die Cover, glaub ich. Ich kann auch sein. Leona ist hier, Leona ist hier. Bitte, die gehen vermitteln, Gang. Die haben mich gespottet auch. Zinn ist auch auf topside, oder? Was machen wir da? Was haben wir da? In der Mitte ist so low, ich würde den so gerne puddischen. Habe ich ja keine Warte. Der geht auf mich rein? Kein Flash. Zinn ist auch bei euch? Ich komme wieder in den Hunden, Brücki. Ich glaube, das war's. Zinn ist auch... Sind beide geflasht? Nein, Fiorata hatte keinen Flash. Zinn ist gerade geflasht, oder was? Hast du den Schaden, den gemacht hat? Ja. Hoffentlich werde ich nicht gedacht. Leona mit dir? Hoffentlich kompensiert aufschauen. Dann laufen mich Richtung Mitte. Okay. Wild, wild. Sehr wild. Die Leona kommt. Ich hab... sorry. Die Bot ist hier richtig noch ab, ne? Ich glaube, wir lassen ja... Ich habe nicht gerechnet, ähm, sexieren. Ne, die Klau ist down. Also, wer hat noch helft? Achso, jemand anderes hat die genommen. Fiorata CP advantage, guys Spiralmind. Aber es ist ne Fiora. Wollen wir den Dragon abgeben? Ich könnte Package save dafür, oder soll ich... Da kann ich Package Relay nehmen? Kann ich hier fast save? Ne, ich hab save es, save es, save es, save es. Müssen aufpassen, Zinn ist Botzeit. Hm, ich bin schon extrem stark. Ich hab schon ganz normaler Mono, ne? Oh. Wir sind sauf. Aber ich habe kein Flash, by the way. Ja, wenn wir hier kein Wort haben, würde ich aber nicht... Ne, 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 ne. Ah, Zinn... Zerrat Botseite? Okay. Okay. Ich glaube echt schön, dass wir die Crew gewinnen. Oder sogar. Echt boring game. Ich denke, wenn halt jemals die Leona... Ist halt so gut für uns doch. Also, wir gewinnen das, ja. Ja, ja, ja. Wenn die Leona jemals engaged, wir töten die Leona, ne? Wir spielen ja zu unserer Wind Condition, ne? Wenn die uns das geben wollen... Schau, wie viel Damage du da machst. Und den Jhin kann ich nicht zu sehen. Er ist oben gewesen, Torkin, ne? Man muss bloß die Werbung hier raus. Mhm. Äh, Top Lame? Was ist denn Action? Bist du fein? Ich bin komplett fein. Die können nicht so viel ganken, wie sie wollen. Draken 45. Ich würde den einfach wieder einsauen, wenn ich für Topside spiele. Die wollen Harrod spawnen, arguing. Nein, nein, nein. Wir sollten das defenden. Ja, deswegen sag ich ja, arguing. Willst du das Package-Leon? Das Package-Leon jetzt? Das Package-Leon jetzt? So, dann probier ich defend. Die Leona ist missing. Die Botlands sehr weit entfernt. Hat der Ult, hat der Ult. Hat der Ult, hat der Ult. Leona ist missing. Leona wahrscheinlich mit. Das hat kein W mehr. Die schütteln beide mit. Ich geh jetzt raus und dann fäll' ich hoch vor. Okay, nevermind. Beide hier, beide hier. Tpxera. Tpxera. Vorsicht. Tpxera. 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 Nice. Nice. Aber also, hm. Wollt ihr Borderline verbleiben? Ja, alles haben's. Aber ja, wenn das Play funktioniert, dann werden wir den Turret unten. Ich flieg einfach jetzt über Mitte und dann wollen wir Borderline kommen. Okay guys? Hm? Wird ihr ganz kurz noch warten mit der Wave? Versteht ihr bitte langsam? Ja. Vielleicht willst du schnell die Blue nehmen hier und dann gehen wir Zeit zusammen zu checken. Okay, Moment. Hint ihr den Blue und ich darf schnell bot. Die Wave crashed jetzt schon. Ich bin, ja, ich bin da perfekt. Wir wollten die Top, ihr seid fein. Wir können einfach fighten. Wir drehen raus. Fokus to it, fokus to it, fokus to it. Ja, ne? Wir können hier den Tor nehmen. Auf wann kannst du die Wave pushen? Ich kann wahr, dass du kannst Mitte pushen, wenn du möchtest. Oh, wait. Ich bin schon zu spät zum rausmoven, ne? Auf pushen ein bisschen. Auf pushen ein bisschen. G'sinn ist hier. Ich kann noch ein bisschen warten. Äh, hast du vielleicht... Warte nix. Warte nix. Wollen wir den Drake auch noch gleich machen? Wir haben immer noch Package, ne? Ja, Package. Leona? Aber ich hab 1-7 in Base. Ich geh eben Base und typ ja, aber das ist zu, wenn ihr wollt. Ach, dumm, Leute. Ich kann nicht verloren, ich kann nicht verloren. Lass die Wads nehmen. Leona Flash, Leona Flash. Leona Flash, ja. 17, 17, 15. Very bad, very bad, very bad. Ich fang ihn an hier, oder? Ja, lass mich erst ganz kurz mit rein pushen. Brück, bist du ready für den TP? Ich bin jetzt ready für den TP. Vorsicht, Vorsicht. Okay, die fighten, ja. Führer könnte mit in den Hauptbahn, Führer könnte mit in den Hauptbahn. Führer könnte mit in den Hauptbahn. 6 hin für Hail Mary Steal. Und frech, der kleine. Ist frech, ne? Ist sogar richtig frech. Okay, Vorsicht, Leona ist wieder fort. Du pushst mit, ne? Ja, würd ich sagen, ja. Ich geh kurz Base, Jungs. Wave ist auch gut für mich unten. Ich geh Resetten. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Gib ihn ab, gib ihn ab. Wo kannst du denn sau sein, Aggrin? Ungefähr? Der war gerade unten. So in 30 Sekunden ist der top, glaub ich wieder. Ja. Ich werd jetzt bald auf Level 11. Ich mag Geld raus. Oh, Leona ist ... Ich will das. Ich kann da, glaub ich, nichts erklären für euch. Du bist ... 10 Mal sind Saugang, nichts passiert. Einmal Leona, direkt tot. Ich hab auch direkt meinen Flash verloren gegen die Leona, genau. Seid sehr bad, wenn sie jetzt fast turret bekommen, kannst du mit Defend. Nein, es ist nicht fast turret. Und die Platten sind schon weg. Wir haben Bot bestanden gekommen. Alles gut, alles gut. Beide Carries von denen Mitte? Ja. Die haben auch niemanden, der wirklich sidelanen kann. Xen ist auch ... Xen war auch eher topside, aber ... Wir haben legit ne Fiora. Nein, also ... Ja, aber wir sind doch ... Die können nicht 1-3-1 spielen, weißt du? Also die topside ... Die spielt eventuell die Überzahl. Die spielt ne Überzahl rein, ne? Die haben auch Xen ... äh, Xen als Follow. Die Fiora geht base, sie geht base, sie geht base. Ich hab Depeat, warte ich jetzt wieder. Und jemand muss Bot lane gehen, ich glaube ... Wait, hallo? Ja. Ich legge auch, actually. Ich war grad auch am Leggen. Hallo, Carni? Hallo Carni. Boah, ist da nichts passiert, die haben nur mich gankt. Ich hab an allen Kills beteiligt an allen Toten beteiligt. Was soll die Scheiße? Ja, die haben ... also Mitte haben sie auch gankt, aber ich hab halt nur gefahren. Der Korki-Weg. Ey, Leute, ich bin so am fulkeln, das ist so boring. Hallo, hallo? Hallo, willkommen zurück. Ah, okay, ihr hört mich, aber ich hör euch nicht mehr. Ich glaub, meine Kopfhörer sind grad gestorben. Das hör ich eigentlich ganz gerne, honestly. Du wirst ja so OP sein. Jaja, ich bin jetzt gleich Level 10, also ich bin auf Solo-XP fast. Mhm. Ja, du bist auf Solo, ich bin auch Level 10, ne? Ja, wie? Wie viel Prozent? Ach so, ja, aber Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich bin auch 10,5. Ich bin gleich Level 11, ja. Ja, siehst du? Siehst du diese tasty Gromp, die da vor mir steht? Mhm, 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 mhm. Die schmeckt. Die schmeckt sowas von lecker. Die werden jetzt gleich konsumiert. Die wird jetzt gleich. Ich glaub ich schon, ist relativ stark. Ich glaub, der Harald ist relativ big für uns. Actually. Mittrum ist gigantisch, ja. Genau. Mit Six kriegen wir zwei Turrets, ja. Aber es ist Infernal Soul, wir haben schon zwei Drakes mit einer Hyper-Late-Game kommen. Also ... Wenn die Scale-Odi-Bad ist, würd ich schon sagen, Mitte-Tower ist schon sehr wichtig. Jaja, ne, also wenn wir Mitte-Turret vom nächsten Drake kriegen, könnten wir huge. Mhm. Aber wir müssen auch keine Risiken nehmen. Wer wird denn jetzt runtergehen? Äh, ich glaube der Djinn und die Leona. Wenn das der Djinn ist, dann hast du TP. Wir haben 4 gegen 5 am Harald. Äh, am Harald. Ja, ist richtig. Wenn es Fioras hast. Wenn du Fioras hast. Aber ich hab 2000 Gold. Wenn es Fioras hast du auch TP. Warte, steht kein TP. Geil, aber ich hab 2000 Gold. Also das ... Ich weiß nicht, ob wir das machen wollen. Ich glaube, wenn ich Top-Tan-Gehen ein bisschen Rage habe und wir TP. Warte, dann machen wir das. Hallo, hallo. Ja, hallo. Okay. Ja, ich weiß nicht. Geht's wieder? Ineos sind gleich einfach gestorben. Warte mal noch, kannst du. Wenn es weiter nichts ist. Ganz kurz. Wenn es nicht Internet ist, meine ich. Ne, ne, ne. Ich dachte, du bist C, da. Ehrlich gesagt. So. Können wir was kurz was sagen? Ja. Hallo. Okay, ich glaube meine Aufnahme ist dafür jetzt tot. Hm. Für dich bitter, aber ... Ah, jetzt ja. Okay, nevermind. Okay, ich bin ready. Na gut. Na gut. Ich schraube ready gerade. Ah, ihr schraube ready. Okay. Der Call war, wenn wir Fiora oder Jhin botlane sind, haben wir TP'd Vantage und dann spielen wir für Herald. Fiora hat auch kein TP, ne? Fiora hat auch kein TP, ne? Fiora hat auch kein TP. Also Fiora oder Jhin. Ja, ist egal, wer da unten ist. Ähm, sobald ich ein bisschen Rage habe, machen wir Pirates. Da ist ein Sensor, wir könnten sogar vielleicht aggressiv gehen, wenn wir jemand ... Jo, jo, jo. Ich wollte. Wir gehen drauf. Wir sollten nichts falten, wenn die alle oben sind, ne? Nein, wenn jemand unten sich zeigt, dann gehen wir rein. Warten, bis jemand sich zeigt. Wir können ein bisschen ... Freddy, ich glaube du sollst weiter machen. Push weiter, Freddy. Push weiter. Wenn die Fiora hier ist, bin ich tot, ne? Ne, kannst du weggehen. Ist sie im Bord? Kannst du Tree Turret nehmen, wenn sie hier ist. Ist sie im Bord? Nein, noch nicht. Nein, immer noch nicht. Keine Info. Push einfach Warten durch. Wir geben erst mal ab und dann können wir vielleicht gleich verhalten. Ihr habt gestunnt schon. Jo, jetzt. Jo, jetzt bei euch. Niemand, ich krieg hier zwei. Ich krieg hier zwei. Ja, raus, 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 raus. Don't fight, don't fight, don't fight, don't fight. Na, shit. Wenn wir noch ein bisschen tanzen können, ich würde ihn nicht so top-head laufen lassen. Hm? Lass zusammen hin. Ja, denn? Also, das ist tatsächlich ... Wenn wir hier nicht sterben, ist das Game-Drick-Over. Hm? Oh. Ja, noch kein ... Oh, okay. Ähm. Kann nachfaschen noch. Ich werd's nicht hinterher gehen. Ich glaub jetzt. Ja, das ist tatsächlich insane für die Gingets. Irgendwie zwei mit mir? Ja. Oder können wir jetzt spielen? Ja, wir kriegen einen oben, also das ist schon ... Wir kriegen einen oben und einen unten, na. Ja. Ich könnte ja nicht spielen hier bei der Eber. Ja, die Leona war auch noch dahinter, also ... What? Ah, Sam. Ach komm, was ist das denn für ein Rotz? Ja, aber der regnet sich. Keine Angst. Der ist an mir vorbei, bugged, deswegen konnte ich ihn nicht out attacken. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Hier war kein Flash. Xeva ist jetzt relativ stark, aber. Hm, 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 hm. Ich bin nochmal ... Also, nach dem Tier bin ich Level 11, sollte man Rutschi sagen. Ja. Mal resetten. Die Krabbe könnte ab sein. Nope, ist gerade frisch genommen. Ich kann Top Turm über längere Zeit nehmen. Auf dem Clear, oder? Können wir zusammen resetten und gehen für Drak? Sounds gut. Haben wir Package für Drak? Äh, wir haben Package für Drak, ja. Natürlich. Alles schon geteilt. Ja, killing. Ich hab leider noch keinen Shield-Bow für den Rick. Hm, hm. Du bist da mit 12. Wir sehen gerade niemanden auf der Map. Vorsicht, Freddy. Mhm. Im Primator. Jhin und Iona sind unten. Okay, wir wollen wir fighten, guys. Einfach front-to-back, ne? Also zumindest ... Front-to-back gegen Seraph? Nein, 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 nein. Wir wollen Flank, Assassination, Package True. Und dann die Backline kommen gegen Seraph und Jhin. Ich glaub auch, wenn es ein bisschen Fiesta-Fight ist, ist es sehr gut für uns. Ja, glaub ich auch. Glaub ich auch. Hast du den Turm? Ich kann kommen. Ich kann den nicht, wir wollen einfach nehmen. Ihren Flash. Ich komm, ich komm, ich komm. Mitte fehlt ihren Set, ne? Wir sehen Sinn auch nicht. Ja, kein Flash. Sinn unten. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Zwei sind wo. Schön, top. Vielleicht können wir die töten. Alter, was ist das denn? Ich bin fucking slow. Die kommen runter, glaube ich. Die kommen runter. Sollen wir nachmufen? Nein. Pass auf, pass auf. Wir können nicht, wir können nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich bin auch rorausgegangen. Der hat ulted? Wait, können wir? Ich nehme Peck? Okay. Der ist alleine. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich hab Movements. Ich fand auch keine Minion. Die haben keine Self-Ult, die Leute. Wir können easy den Dragon contesten jetzt. Ich hab TP, aber keinen Rage. Okay. Ich brauch 20 Sekunden auf die Ult. Also wir sollten vielleicht warten, bis der Dragon-Spot, bis ich Ult hab. Ja. Der hat einfach keine Ult mehr. Ja. Wir hier groupen? Ferti, ich glaub du sollst bei uns bleiben. Ich hab kein TP, aber ich bin nicht andersweise mega nah. Hier, 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 hier. Die sind irgendwo da drin, oder? Also ich mein, der Typ intelt doch. Echt los? Ich TP rein. So. Ich geh weg, ne? Ja. Wir sind mit Korki gleich. Einfach König Sin finishen. Nice. Leona, Leona. Ja, ich hätte einfach was da getrunken. Nice. Haben die noch was hier? Dragon, 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 Dragon. Ja, ja, ja. Ich hab gleich wieder E. Wattlane Wave, das könnte man auch ausfrischen. Besser mit Turtles zu nehmen. Nope. Der Blue war auch ab. Ich nehm den Blue, dann. Kurz flash zu sein. Schön. Äh, hat Xen auch geflash? Wird zusammenbrücken zum Blue? Äh, können wir probieren, ja. Na, schöner Fall. Hat Xen auch geflash gerade eben nicht, oder? Ne, ich hab's gesehen heute, ne. Ich hab nur Jhin-Flash gesehen. Wenn ihr noch was anderes wisst, raus damit. Irgendwie. Mit Wealth-Stick. Die hat keinen Flash, der hat keinen Flash. Actually, hat sie, maybe. Oh mein Gott. Kannst du mit Wave unfreezen? Ja, ich wollte zu Freddy Moon. Ihr müsst nicht fighten. Ihr wolltet wenig fighten. Die Top-Side-Camps, Freddy, wenn du möchtest, kannst du nehmen. Wir sollten, glaub ich, nicht zu Hi-Fi werden. Ja. Das ist, also, maybe wir jetzt. Okay. Nicht zu Hi-Fi werden, Jungs. Ich hab auch gerade, wurde ich für Zerafault. Der Toll-I-Money. Bein er gestorben. Ähm. Recall abbrechen kann. Ja. Töten. 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 Wenn der tot ist, kriegen wir auch mit der Turret direkt. Oh, look, look. Push direkt Top-Itsch. Die töten wir, Argoin, die töten wir. Ich push direkt Top-Itsch. Ich kann nicht, ich kann nicht in Zeraf ein. Ich push Top, ich push Top. Ich push Top. Nicht zu Deep gehen, Leute. Ja, das war mein Bett. Ja, wir sind Side-Lin, Side-Lin, Side-Lin. Wenn du nicht in Zeraf reingehen kannst, dann ist das gut. Da ist ein Einleben drin. Mhm. Der hat auch keinen Slash. Oh, bitte. Okay. Das war kein Slash. Wir wollen einleben. Warte, ja, you're killing her. Mhhh. Ich denke, Zeraf hat noch lange keine Ruhe. Ich kann ihn slowen, Guys. Oh mein Gott, ich hab... Jura unter euch. 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 Der Team ist komplett... What the fuck? Was das denn? It's bad. Ist fine. Ich hatte auch mehr Damage, die ich nehmen soll. Oh. Nice. Bleib ja auch hinter mir. Ja. Der Jura hat keinen Flasht, der Jura hat keinen Flasht. Ja. Junge. Das hast du nicht gemacht. Nein, nein, nein. Lass mich, lass mich. Hast du? Nein, ich hab mich. Lass mich sterben lassen. Lass nacken, lass nacken machen. Er hat es legit geflasht damit, ruhig gestuft. Das war... Er hat es legit geflasht damit, ruhig gestuft. Ich liebe dich gar nicht. Oh mein Gott. Ich liebe dich gar nicht. Meine Güte. Ich hab noch Schäufe. Du brauchst nicht mehr DPS hier. Ja, ja, ich hab noch. Auf jeden Fall. Der hat's ja auch? Oder? Ja, ja, ja. Der hat doch Totten geultet, ne? Ja, was wir dachten, was wir dachten. Wir sehen den Sinn. Ich hab mich dann schon. Ja, ja, wirklich dann wirklich. Meint ihr, ich soll sie gehen? Nein. Ne, 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 ne. Ich bin zu geladen. Es ist so gut. Wait. Entschuldigung, Sam. Ein Tempo verschleppt, Leute. Oh ja. Scheiß Hensler. Da ist n, äh, da ist n Rundkabel. Er hat fast Seele schon, ne? Bist du fett und hässlich, Tolkien? Warum machst du jetzt denn? Also, warum verschleppst du Tempo? Ja. Wieso? Wir haben zwei Leute, wir haben zwei Leute in base. Äh, drei sogar. Ich bin mit auf der Map drauf. Bist du fett und hässlich? Entschuldigung, Folge. Ich bin der Wichser. Ich weiß. Könnten wir Midlan, Midlan und Dapper spielen? Ich weiß es. Wir sollten auf jeden Fall den Midlan spielen. Oh man, der ist, der ist, der ist... Der ist, der ist... Der ist, der ist... Der ist in Sao und keinen Flash. Der ist gerade an der Botka. Wollen wir da unten kollapsen, Guys? Der Gin ist oben. Okay, ich move. Oh ja, Leona ist hier. Die gehen in Midlan. Ich weiß nicht, wer die Fiora ist. Die saubt mir hier ein bisschen, ne? Ich hab diesen Flank. Ja. Nice, nice, nice. Wer war diesen? Ich hab den zwei. Ah? Ein. Schade. Good job, Freddy. Ich wollte dich da gerade eben eigentlich gar nicht töten. Das war irgendwie so ein Reflex. Das war so ein Lebenserhaltungsdrang, dass ich da geflasht bin. Ich kann das... Das kann das halt deine Großmutter erzählen. Ich kann das nicht erklären, was da passiert ist. Ein Lebenserhaltungsdrang. Ich kann das wirklich nicht erklären, was da gerade passiert ist. Ich wollte wirklich für dich sterben, aber dann bin ich auf einmal geflasht. Was machen wir denn jetzt, Guys? Wir resetten uns alle? Wir resetten für Drake. Wir resetten für Drake. Das ist unsere Seele. Dann haben wir Seele und dann enden wir. Wir machen jetzt ein sauberes Game, nicht wie in den Sprint. Wir sind so weit ahead. Ja, ja. Du musst glaube ich ein bisschen chillen mit der Package nach. Ja, ja. Ich warte bis 0.50. Der Jhin hat jetzt gleich wieder Flash. Das gibt mir eine gute Gelegenheit, euch von meinem Leben zu erzählen. 1992. Ein kleines Krankenhaus in der Nähe von Greifelfingen. What the fuck? Vorsicht. Vorsicht. Argo den Chill. Oh, Argo den Chill. Da wurde ich geboren. Die haben alles gerasted. Jetzt müssen wir auch nicht mehr chillen, oder? Warte, warte, warte. Chillt. Ich bin noch nicht da. Rein, 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 rein. Ein Krankenhaus in Greifelfingen. Ich mach weiter. Nein, nein, nein. Wir müssen weiter. Guck mal, hier ist ein Slow. Hier ist ein Slow. Es ist Soul, Drake. Package is arriving. Es ist Soul, Drake. Package is arriving. Ja, wir können easy to chase. Oh, hier ist kein Turm. Nevermind. Ich bin Ender. Ihr habt recht. Ich wusste nicht, dass hier kein Turm ist. Das ganze ist denn Braum gegen Fiora. Ja, Braum ist mega OP in dieser ganzen Meta Gegend. Kack, Leary. Ich hole den Dragon. Ich könnte vielleicht probieren zu werden. Ich glaub, das war cool. Nee, Bruecki, ich bin da geflasht, weil ich ein C-Tier Support bin. Du brauchst dich jetzt echt mehr entschuldigen. Ich hab dich in ein S-Tier gepackt, Garni, okay? Ich hab... Aber es ist feinlich. Ich hab dich in meiner Liste bei S-Tier. Ich hab dich in meiner Liste bei S-Tier. Weil ich einfach auch nicht hier stehen muss. Weißt du, es ist völlig mein... Es ist dein gutes Recht, mich sterben zu lassen für meine Fehler. Er lässt dich lernen, weißt du? Irgendwo geht es. Mhm. Du wirst locken. Ich hab in 3 Sekunden Flash. Wieder raus, guck ein bisschen auf die Pintons, okay? Ich bin dran, dass der Dings ist ab, ne? Äh, Bruecki kannst du bitte blocken, oder? Ja, das wär einfach cool, oder nicht? Wir könnten jetzt für KD-Age spielen. Die Tolkien machen's kein Scheiß. Ich glaub, die sind aber stehen. Was habt ihr denn? Ich bin hier stehen geblieben. Ja, ich auch. Nein, du bist doch... Ah, Chinnulz ist broke. Komm mal rein. Hä? Ich hätt auch E drücken können, by the way. Dann hätt ich auch überlebt, glaube ich. Ah, das bin lieber dabei. Au. Au, au. Wir machen das für Content. Okay, guck mal sau, sau au. Ja, das kannst du aber wetten, ne? Dass ich au mach. Ich bin sehr lang süßig. Wenn du was am längsten ziehst. Da ist jemand hinter mir. Und ich hab Angst. Ich hab Angst! Top-Lane an! Ich bin mein Leben so scheiße! Was? Wo ist denn der Top-Lane? Hinter uns, hinter uns. Das sah das geil aus. Decken einen Gin-Traps auf? Wir sollten auf Jura traden, wahrscheinlich. Das ist noch Schädpunkt? Ja, ja. Ich deck einen auf, aber nicht, wenn du ihn bist. Ja. Ah, okay. Ah, okay. Oh, das war das geil. Brück ist sowieso da. Jetzt hab ich doch mit der Mitte hin. Der wird jetzt wieder reingehen, oder? Das ist so ein Fiora-Spieler. Ja. Noch hier gucken. Noch hier gucken. Wir sollten eigentlich Top-Lane spielen. Ja, spiel top, spiel top, spiel top. Ihr könnt noch einmal, also Nash nehmen, wenn ihr wollt. Eins, zwei Minuten ist ein bisschen lang, nur. Ja, aber weißt du nicht. Mit zwei Inner Verves. Ich glaube nicht. Ich bin also alle Buffs ab, wenn ihr wollt. Ich werde V-Counts, Top-Lane FTPen. Wohl was nehmen, oder? Hm, Pono ist so knapp fürs Item. Hm, 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 hm. Okay, same. Äh, ja. Gebt jetzt hier auf Nash, oder? Nö, wir machen jetzt Top-Lane. Die Leona hat keinen Flash. Ich hab noch 300 für Infinity Edge, dann mach ich Big-Dannage. Wurde kannst du auch Basen? Ja, ich bin auf die Game. Könnt ihr einfach Top-Lane kommen? Äh, ich nehm jetzt einfach noch Kuss das hier und dann... Ich hab DP auch. Wir haben eine beautiful Wave hier oben. Ja, wir haben eine beautiful Wave. Wir haben eine beautiful Wave. Wir haben eine beautiful Wave. Fucking du bist beautiful. Ich hab mein Infinity Edge. Ich hol das jetzt und dann mal Womber Zamba, gell? Ich hab zwei, ich hab zwei. Ich hab zwei, ich hab zwei. Hallo. Weiß keiner, warum ich's gemacht hab. Okay, das ist jetzt auch ein bisschen eine interessante Position hier. Wir haben einen Gang, wir sind nicht. Ja, ich hab keinen Uhl mehr. Ich auch nicht. Wo willst du heute zum Snap rein? Wurde haben wir da noch weiter? Wir enden, wir enden! Schau, ich hab die grad Festale mit einer Rakete gewonnen, Hütte. Bitte? Wait a minute. Besser von Schaum? Der Versuch war Dartorg, hab ich gesehen. Aber Argon. Argon ist nicht so nixer wie hier. Ich schau auf Freddy zu, wie er die Führer wollen, und du müsstest ja alles. G-G. Da war actually ein cleanes Showing, Leute. Ja, war ein langsames Geld, aber clean. Ein schönes, langsames, in den Ostern-Game. Warum gingen sie denn die ganze Zeit? Meine Lane, by the way. Ich hab dir echt schön gespielt, Jungs. Ich war so schlecht. Es war trotzdem carried. Ich hab auch so viele Gänne. Ich hab da Korki gespielt, ne? Ich hab ein bisschen gebraucht. Viel Spaß im Interview, Sokin. Hey, haut da rein, Leute. Erzähl mal was Schönes, ja. Schlaf gut. Sokso, schlaf gut.